Das hier ist der Dyson Air Straight, die neueste Innovation aus dem Hause Dyson in Sachen Haarstyling. Und wahrscheinlich haben sich die Schöpfer gedacht, lasst uns doch mal einen Föhn und ein Glätteisen kombinieren. Rausgekommen ist das hier, ein sogenannter Glättungsföhn, wie ich ihn nennen würde, der eure Haare in einem Step sowohl trockenföhnen und auch glattföhnen und auch wie ein Glätteisen glätten kann. Und das funktioniert richtig gut und das funktioniert sehr schonend zu den Haaren. Und selbst naturkraut und lockige Haare bekommt man damit auf eine schonende Art und Weise glatt und die Haare föhnen sich auch echt besser von der Qualität an. Das kann ich schon sagen, nachdem ich ihn in ungefähr 1,5 Wochen getestet habe. Ist er nun seine 500 Euro wirklich wert? Das kommt darauf an, ob ihr es euch leisten wollt, könnt und ob ihr eure Haare gerne glatt tragt. Denn wenn ihr jeden Tag oder zwei oder dreimal die Woche eure Haare glatt föhnt und anglättet, dann ist dieses kleine Meisterwerk hier auf jeden Fall eine große Zeitersparnis für euch. Wenn ihr noch mehr über den Dyson Airstrade wissen wollt, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn da gibt es ein ausführliches Review zum Dyson Airstrade.